Wie viele Menschen tatsächlich im Arbeitsmarkt tätig sind. Ausgewiesen wird eine Arbeitslosenzahl von ungefähr 3,7%. Aber wenn man richtig sauber rechnet, sind es mindestens nicht 3,7%, sondern 7%. Traut keinen Daten. Und wir befinden uns übrigens schon sehr knapp in einer Rezession in Europa, in einer deflationären Abschwächung in China. Warum sollte das Amerika nicht erleben?